Er arbeitete nicht jeden Tag als Fabrikant. Er arbeitete nicht jeden Tag als Fabrikant. Woraus wird Suppe zubereitet? Hat er nicht diversifiziert? Das ist mein Lieblingsbuch. Das ist mein Lieblingsbuch. Ihre Schwiegermutter ist Pfarrerin. Haben Sie Sitzgelegenheiten im Freien? Was für ein schöner Ausblick! Was für ein schöner Ausblick! Wen hast du gesehen? Wenn es passieren kann, wird es passieren. Wenn es passieren kann, wird es passieren. Kann ich eine Kiste für meine Reste bekommen? War meine Stiefschwester Kameramann? War meine Stiefschwester Kameramann? Kann ich zur Benachrichtigungsschaltfläche gehen? Kann ich zur Benachrichtigungsschaltfläche gehen? Er arbeitet hart, um gute Noten zu bekommen. Er arbeitet hart, um gute Noten zu bekommen. Sollten diese nicht befolgt werden? Sollten diese nicht befolgt werden? Ich interview sie. Ich interview sie. Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Ihr Enkel war Vorarbeiter. Treibt er Sport? Sie genießen den Sonnenuntergang. Sie genießen den Sonnenuntergang. Ich interessiere mich für vier Jahrhunderte später. Ich interessiere mich für vier Jahrhunderte später. Sollte man sich manchmal konzentrieren? Sollte man sich manchmal konzentrieren? Ich liebe die Art und Weise, wie sie tiefgründige Themen erforschen. Ihr Mann ist Töpfer. Ihr Mann ist Töpfer. Wann werden sie es hinzufügen? Wann werden sie es hinzufügen? Ich schämte mich so sehr, dass ich nicht sprechen konnte. Ich schämte mich so sehr, dass ich nicht sprechen konnte. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Wir vertrauen uns gegenseitig. Passt das nicht selten zusammen? Ich kann es im Morgengrauen versprechen. Haben Sie es genommen? Ich muss für meinen Flug einchecken. Ich muss für meinen Flug einchecken. War unser Freund ein Flieger? War unser Freund ein Flieger? Bitte sei still, sagte er zu ihr. Bitte sei still, sagte er zu ihr. Sein Bruder ist Sportsprecher. Sein Bruder ist Sportsprecher. Wie immer. Wie immer. Kann ich jedes Jahr Krankenschwester werden? Kann ich jedes Jahr Krankenschwester werden? Die schauspielerische Leistung ist so beeindruckend. Die schauspielerische Leistung ist so beeindruckend. Würden wir uns einigen? Würden wir uns einigen? Der Fehler wurde von mir gemacht. Der Fehler wurde von mir gemacht. Es gibt ein neues Restaurant in der Stadt. Es gibt ein neues Restaurant in der Stadt. Ich kann nicht auf diese Seite zugreifen. Du? Ich kann nicht auf diese Seite zugreifen. Du? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Elefanten sind größer als Hunde. Elefanten sind größer als Hunde. Ich bin im Zimmer mit dem Fenster. Ich bin im Zimmer mit dem Fenster. Ich habe einen Stift in meiner Tasche. Ich habe einen Stift in meiner Tasche. Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich denke die ganze Zeit an dich. War es mittags ein Hautarzt? War es mittags ein Hautarzt? War ihr Vater Lkw-Fahrer? War ihr Vater Lkw-Fahrer? Ich mag keinen Kaffee, sagte er. Ich mag keinen Kaffee, sagte er. Mal Unterricht nehmen. Mal Unterricht nehmen. Haben Sie geantwortet? Haben Sie geantwortet? Wir schauen uns jeden Abend Filme an. Wir schauen uns jeden Abend Filme an. Wir sollten nicht oft anfangen. Wir sollten nicht oft anfangen. Wir können es nicht leugnen. Wir können es nicht leugnen. Wenn es nicht bewölkt ist, gehe ich raus. Wenn es nicht bewölkt ist, gehe ich raus. Was hat er nicht immer übersetzt? Ich werde heute Abend fernsehen. Ich werde heute Abend fernsehen. Bevor sie zu Bett ging, machte sie eine Tasse Tee. Bevor sie zu Bett ging, machte sie eine Tasse Tee. Sie kauften neue Kleidung. Sie kauften neue Kleidung. Gibt niemals auf. Gibt niemals auf. Das Foto wurde am Strand aufgenommen. Das Foto wurde am Strand aufgenommen. Gehst du gerne auf Food Festivals? Gehst du gerne auf Food Festivals? Sollten wir es nicht schließen? Sollten wir es nicht schließen? Er wird diesen Sommer schwimmen lernen. Er wird diesen Sommer schwimmen lernen. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Kann ich zur Excel-Schaltfläche gehen? Kann ich zur Excel-Schaltfläche gehen? Im Winter gehen wir Skifahren. Im Winter gehen wir Skifahren. Es wäre sofort fertig. Es wäre sofort fertig. Haben sie geantwortet? Haben sie geantwortet? Wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen? Sind sie letztes Jahr in den Ruhestand gegangen? Sind sie letztes Jahr in den Ruhestand gegangen? Sei verständnisvoll. Sei verständnisvoll. Mein Hotel lag in einer heruntergekommenen Gegend. Mein Hotel lag in einer heruntergekommenen Gegend. Etwas, das man gesehen haben muss. Etwas, das man gesehen haben muss. Dann kann er sprechen. Dann kann er sprechen. Ich wünsche ihnen eine reibungslose und schnelle Genesung. Ich wünsche ihnen eine reibungslose und schnelle Genesung. Mir fällt nichts Besonderes auf. Mir fällt nichts Besonderes auf. Ich möchte ein Hotelzimmer buchen. Ich möchte ein Hotelzimmer buchen. Der Brief war an John gerichtet. Der Brief war an John gerichtet. Du warst nicht nervös. Du warst nicht nervös. Welche Lebensmittel essen sie normalerweise? Welche Lebensmittel essen sie normalerweise? Es tut mir leid, dass ich kein Englisch kann. Es tut mir leid, dass ich kein Englisch kann. Sind ihre Nachbarn Feuerwehrleute? Sind ihre Nachbarn Feuerwehrleute? Die Kultur des Landes spiegelt sich in seinem Essen und seiner Kunst wieder. Die Kultur des Landes spiegelt sich in seinem Essen und seiner Kunst wieder. Er ist noch nie alleine gereist. Er ist noch nie alleine gereist. Wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Ich muss aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Ich muss aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Er schreibt eine wichtige E-Mail. Er schreibt eine wichtige E-Mail. Früher konnte ich keinen Schmuck machen. Früher konnte ich keinen Schmuck machen. Ich glaube, ich habe mir den Arm gebrochen. Ich glaube, ich habe mir den Arm gebrochen. Er liest gern Science Fiction. Er liest gern Science Fiction. Können Sie mich um sieben Uhr abholen? Können Sie mich um sieben Uhr abholen? Sollte sofort auf die Luftfahrt umsteigen. Sollte sofort auf die Luftfahrt umsteigen. Wir können diesen Ort in ein Zuhause verwandeln. Wir können diesen Ort in ein Zuhause verwandeln. Kann ich zum Startknopf gehen? Kann ich zum Startknopf gehen?